Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten. Ich bin gerade aus dem Bus raus, wie ihr gerade gesehen habt, bei der Fat Party im Bus, haben alle mitgesungen. Wir sind jetzt hier am Coogie Beach, ich war gerade am Rondi Beach, aber da war irgendwie nicht so viel los. Aber Coogie Beach sollen irgendwie alle in die Achtung reißen. Ja, hier ist alles, hier ist echt viel los. Ich finde meine Leute hier, niemals! Keine Chance! Los! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Haha, ist das geil! Fröhliche Weihnachten, oh nein, ich habe es halb zugemacht. Oh nein! Was ist das für ein Leben! Hallo! Hallo! Es ist nochmal krass viel voller geworden, so gegen Nachmittag jetzt. Das ist der absolute Wahnsinn! Das ist nicht mehr normal! Das ist der absolute Wahnsinn! Das ist nicht mehr normal! Das war geil! Wir sind jetzt hier auf dem Rundweg! Rundweg! Das war viel zu fett! Habe ich mir so nicht vorgestellt! Kranke Party! Kranke Party! Ohne Alkohol! Ohne Alkohol, aber haben wir zu Spaß gemacht! Ja, war geil! Ohne Alkohol! 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 So, ich bin wieder allein unterwegs. Ich muss jetzt noch auf meinem Bus warten und dann geht's wieder zurück ins Hostel! Hey, Vincent, wir sind aus dem Schnitt hier. Wir haben jetzt schon einen Tag später abends immer noch komplett fertig. Ich bin gerade fertig geworden mit dem Schneiden von dem Video hier. Das war eine unglaublich fette, geile Party. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Folgt mir auch auf Instagram, Snapchat und teilt dieses Video, wo ihr könnt. War fett! Ciao!